Heute möchte ich über die Autophagie sprechen, ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Fasten immer wieder genannt wird. Aber wie funktioniert die Autophagie eigentlich genau? Welchen gesundheitlichen Nutzen hat sie? Und wie können wir die Autophagie beschleunigen bzw. die Autophagie aktivieren? Diese Fragen werde ich heute beantworten, deshalb bleib auf jeden Fall dran. Zunächst aber mal die Frage, was ist die Autophagie überhaupt? Autophagie steht eigentlich für Autophagozytose und ist ein intrazellulärer Prozess, also ein Prozess innerhalb jeder einzelnen Körperzelle, bei dem zelleigenes, zytosolisches Material, wie fehlgefaltete Proteine oder sogar ganze Zellorganellen, abgebaut werden. Die Bedeutung erkennt man auch schon an dem Begriff selbst. Auto bedeutet nämlich auf sich selbst bezogen und Phagien bedeutet so viel wie Verdauen. Es handelt sich also um eine Art zelluläre Selbstverdauung. Der genaue Mechanismus der Autophagie wurde von dem japanischen Zellbiologen Yoshinori Usumi entschlüsselt. Zuvor war bereits bekannt, dass es in Zellen Kompartimente gibt, in denen besonders viele proteinzersetzende Enzyme vorkommen, die sogenannten Lysosomen. Man konnte sogar den Abbau ganzer Zellorganellen in den Lysosomen nachvollziehen. Deshalb lag der Verdacht nahe, dass hier eine Art zelluläre Müllabfuhr aktiv ist. Man wusste jedoch nicht, wie diese zelleigene Müllabfuhr genau funktioniert, weil man nur die Abbauprodukte in den Lysosomen nachweisen konnte, nicht aber wie die Proteine und Zellorganellen in die Lysosomen gelangen, weil die entsprechenden Transporter zu kurzlebig waren. Zur Entdeckung dieses Zwischenschritts hat Usumi 1992 den entscheidenden Beitrag geleistet. Er züchtete einen Hefestamm, dem die Enzyme fehlten, welche normalerweise die Transportbläschen, die sogenannten Autophagosomen, abbauen. Dann ließ er die Hefezellen hungern, um entsprechende Abbauprozesse auszulösen. Und tatsächlich bildeten sich die Autophagosomen, die aufgrund des fehlenden Enzyms lange genug erhalten blieben, sodass Usumi sie genauer erforschen konnte. So konnte er den Mechanismus der Autophagie anhand von Hefezellen nachweisen und die entscheidenden Akteure identifizieren. Dann setzte er die Hefezellen einer Chemikalie aus, die zufällige Mutationen im Erbgut auslöste. Dadurch wollte er mit der Mutation Gene treffen, die für die Autophagie zuständig sind. Denn wenn die Autophagie bei bestimmten Hefezellen gestört war, wusste er, dass bei dieser Zelllinie ein Gen mutiert ist, welches an der Autophagie beteiligt war. Und durch ständige Wiederholungen konnte er immer mehr Gene identifizieren, die für die Autophagie essentiell sind. Für diese Entdeckung erhielt Usumi in 2016 sogar den Medizin-Nobelpreis. Denn auch wenn vorher schon bekannt war, dass es zelluläre Recyclingprozesse gibt, konnte man erst aus der Erforschung der Gene, die Usumi offengelegt hat, den genauen Ablauf der Autophagie rekonstruieren. Und genau den Ablauf schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür müssen wir zunächst aber betrachten, welche Arten der Autophagie es gibt. Zum einen unterteilt man die Autophagie anhand der Abbauprodukte. Da gibt es als erstes die Pexophagocytose, bei der defekte Peroxysomen abgebaut werden. Das sind kleine Zellorganellen im Zytoplasma, die verschiedene schädliche Metabolite abbauen. Dann gibt es die Mythophagocytose, bei der defekte Mitochondrien abgebaut werden. Und es gibt die Xenophagocytose, bei der eindringende Viren und Bakterien im Rahmen der Immunabwehr aufgelöst werden. Die Xenophagocytose zählt aber eigentlich nicht zur Autophagocytose, sondern zur normalen Phagocytose, weil ja hier kein zelleigenes Material aufgelöst wird, sondern Fremdkörper. Auf der anderen Seite unterscheidet man die Autophagie anhand des Abbauprozesses. In jedem Fall sind die Hauptakteure aber die sogenannten Lysosomen. Das sind Zellorganellen, die von einer Membran umschlossen sind und Enzyme enthalten, mit denen sie Fremdstoffe und körpereigene Stoffe abbauen. Der Unterschied liegt darin, wie die abzubauenden Stoffe in die Lysosomen gelangen. Die erste Art ist dabei die CMA, die Chaperonvermittelte Autophagie. Hier bindet sich ein sogenanntes Chaperon, das Hitzeschockprotein HSC70, an das abzubauende Protein und transportiert es in ein Lysosom, damit es im Lysosom zersetzt werden kann. Auf diesem Wege können allerdings nur Proteine und keine ganzen Zellorganellen abgebaut werden. Dann gibt es noch die Mikroautophagozytose. Das ist der kürzeste und einfachste Prozess. Hier schließen die Lysosomen das abzubauende Substrat direkt aus dem Zytoplasma heraus ein und zersetzen es mit ihren Enzymen. Das funktioniert allerdings auch nur bei kleineren Zellbestandteilen aus dem Zytoplasma. Für den Abbau ganzer Zellorganellen oder größerer Proteinkomplexe gibt es dann noch die dritte Art, die Makroautophagozytose. Dies ist der Hauptmechanismus der Autophagie und in der Regel auch der Mechanismus, der gemeint ist, wenn von der Autophagie allgemein gesprochen wird, ohne diese Unterteilung vorzunehmen. Deshalb schauen wir uns den Prozess der Makroautophagie einmal an. Zunächst wird die Autophagie durch gewisse Signale an der Zellmembran angekurbelt. Welche das sind, werde ich gleich noch erläutern. Dann bilden sich als erstes aus Proteinen und Lipiden sogenannte Phagopore. Das sind kleine Doppelmembranen, die das beschädigte Zellmaterial, wie zum Beispiel ein Mitochondrium, einschließen. Sobald die Membranen das Zellmaterial vollständig umschlossen haben, spricht man von sogenannten Autophagosomen. Diese Autophagosomen verschmelzen dann mit den Lysosomen, die sich ja so schon in der Zelle befinden, zu sogenannten Autophagolysosomen. Und durch die Enzyme der Lysosomen wird das Zellmaterial dann abgebaut. Damit haben wir geklärt, wie die Autophagie genau funktioniert. Dabei ist natürlich mindestens genauso wichtig zu wissen, warum es die Autophagie überhaupt gibt und welchen Zweck sie erfüllt. Die Autophagie ist ein elementarer Bestandteil der zellulären Qualitätskontrolle und essentiell für die Aufrechterhaltung der Funktionalität an der Zelle. Denn ich habe ja vorhin schon angesprochen, es werden ausschließlich beschädigte Zellorganellen und fehlgefaltete Proteine abgebaut, die ihre Funktion sowieso nicht mehr richtig erfüllen können und der Zelle sogar schaden, wenn sie sich akkumulieren. Proteinhaltige Ablagerungen, die in die Zelle gar nicht benötigt, werden nur abgebaut. Wichtige Zellorganellen, wie die Mitochondrien, werden durch neue, funktionsfähige Zellorganellen ersetzt. Ohne Autophagie würden die Zellorganellen also gar nicht erneuert werden und die Zelle würde immer funktionsunfähiger werden. Und es würden sich immer größere proteinhaltige Ablagerungen in der Zelle ansammeln, an denen sie früher oder später zugrunde gehen würde. Die Aufrechterhaltung der Zellfunktion ist also eine wichtige Aufgabe der Autophagie. Die zweite große Funktion wird deutlich, wenn man sich anschaut, wodurch die Autophagie besonders angeregt wird. Das ist nämlich ein Nährstoffmangel. Wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen und quasi hungern, sichert die Autophagie das Überleben der Zelle. Denn beim Abbau des beschädigten Zellmaterials werden Aminosäuren freigesetzt, aus denen der Körper in der Leber mittels Gluconeogenese Glucose herstellen kann, die dann als Energiequelle zur Verfügung steht. Somit ist die Autophagie nicht nur die zelluläre Müllabfuhr, sondern gleichzeitig eine Recyclinganlage, weil aus dem abgebauten Material wieder neue Energie gewonnen werden kann. Wir sehen also, dass es für unsere Gesundheit von großer Bedeutung ist, die Autophagie auf einem hohen Level zu halten. Die Autophagie findet in einem geringen Maße ständig statt, wird aber durch gewisse Stressfaktoren, auf die ich auch gleich noch eingehen werde, besonders angeregt. Das Problem dabei ist aber zum einen, dass wir diesen Stressfaktoren durch unseren heutigen Lebensstil kaum noch ausgesetzt sind und die Autophagie dadurch nur noch selten mal wirklich in Gang kommt. Und zum anderen, dass die Autophagie mit dem Alter sowieso immer weiter zurückgeht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Autophagie gezielt anregen, um diesen Rückgang aufzuhalten. Positiv formuliert haben wir mit Maßnahmen, die die Autophagie anregen, die Möglichkeit, unseren Alterungsprozess zu verlangsamen. Deshalb schauen wir uns jetzt mal an, welche Maßnahmen das genau sind. Den größten Faktor habe ich ja gerade schon angesprochen, das ist nämlich ein Nahrungs- bzw. Kalorienmangel. Was auch logisch ist, weil die Autophagie quasi eine Waffe des Körpers gegen den Hungerzustand ist, weil der Körper aus der Autophagie Energie gewinnt. Das Ganze läuft ab über ein Enzym namens MTOR. Das ist quasi der Sensor der Zelle für Nährstoffmangel. Wenn wir etwas gegessen haben, haben wir einen erhöhten Insulinspiegel und das Insulin aktiviert MTOR. Der Körper weiß dadurch, dass genug Energie zur Verfügung steht und er keine eigenen Zellbestandteile abbauen muss. Bedeutet also, die Nahrungsaufnahme aktiviert MTOR und die Aktivierung von MTOR hemmt die Autophagie. Das Problem dabei ist, wenn wir den ganzen Tag über von morgens bis abends Mahlzeiten zu uns nehmen, im schlimmsten Fall auch noch mit Zwischenmahlzeiten, dann erhöht sich immer wieder der Insulinspiegel und der ist nie wirklich niedrig. Dadurch wird kontinuierlich MTOR aktiviert und somit die Autophagie blockiert. Wenn wir hingegen über einen längeren Zeitraum nichts essen, ruht MTOR und das fördert wiederum die Autophagie, denn wenn MTOR nicht aktiviert ist, ist das ein Signal für den Körper, dass gerade nicht genug Nährstoffe zur Verfügung stehen. Dadurch wird der Körper angeregt, alte Zellbestandteile abzubauen, um daraus Energie zu gewinnen. Somit sind Maßnahmen, die einen Kalorienmangel erzeugen, die stärksten Reize für die Autophagie. Dazu zählt natürlich das klassische Fasten für ein oder für mehrere Tage, dann das tägliche Intervallfasten, aber auch eine generell hypokalorische Ernährung, bei der man sich nie zu 100% satt ist, sondern immer kurz vor dem Sättigungsgefühl aufhört zu essen. So machen es beispielsweise auch die Bewohner der Insel Okinawa, bekannt als die Insel der 100-Jährigen, weil nirgendwo auf der Welt sonst so viele Menschen 100 Jahre alt werden wie auf Okinawa. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass hier das Prinzip Harahachibu gelebt wird, was übersetzt so viel bedeutet wie, isst dich nur zu 80% satt. Eine zweite Sache, die wir aktiv tun können, um die Autophagie auf einem hohen Level zu halten, ist jegliche Art von Sport und körperlicher Aktivität. Dabei ist auch egal, ob Ausdauer- oder Krafttraining, im Idealfall natürlich beides, aber es geht in erster Linie darum, dass die Muskulatur beansprucht wird, weil dadurch verschiedene Mediatoren freigesetzt werden, welche die Autophagie stimulieren. Einer davon ist AMPK. AMPK ist ein Sensor für Energiemangel, der von der Muskulatur beim Sport aktiviert wird, weil dabei wesentlich mehr Energie verbraucht wird, als zur Verfügung steht und sich die Glykogenspeicher in der Muskulatur leeren. AMPK ist somit der Gegenspieler von MTOR, denn AMPK wird bei Energiemangel aktiviert und MTOR wird aktiviert, wenn genug Energie zur Verfügung steht. Deshalb hemmt die Aktivierung von AMPK bei sportlicher Aktivität MTOR und die Hemmung von MTOR aktiviert, wie wir auch gerade schon beim Fasten gesehen haben, wiederum die Autophagie. Neben Fasten und körperlicher Aktivität gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um die Autophagie zu stimulieren, und zwar die Aufnahme bestimmter Substanzen über die Nahrung. Das sind sogenannte Kalorienrestriktions-Mimetika, welche die Kalorienrestriktionen nachahmen und im Körper somit suggerieren, dass gerade ein Nährstoffmangel besteht. Deshalb reagiert der Körper auch mit einer verstärkten Autophagie. Dieser Punkt ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil es bei vielen Substanzen nur wenige Humanstudien gibt und die Dosis unklar ist, die erforderlich ist, um eine Wirkung auf die Autophagie zu erzeugen. Von daher würde ich mich eher auf das Fasten bzw. die Kalorienrestriktionen und Sport konzentrieren. Der Vollständigkeit halber möchte ich auf die Substanzen, die am häufigsten diskutiert werden, trotzdem einmal eingehen. Dazu gehören Resveratrol und Spermidin. Beide Substanzen stimulieren auf unterschiedlichem Wege die Autophagie. Resveratrol ist ein Polyphenol, also ein sekundärer Pflanzenstoff, der vor allem in Weintrauben oder Himbeeren vorkommt. Spermidin ist eine Substanz, die in den Zellen nahezu aller lebenden Organismen vorkommt und somit auch beim Menschen. Jedoch nimmt die Konzentration an körpereigenem Spermidin mit dem Alter immer mehr ab. Insofern haben wir die Möglichkeit, durch die Aufnahme spermidinhaltiger Lebensmittel diesem Rückgang entgegenzuwirken. Besonders reich an Spermidin sind Weizenkeime und getrocknete Sojabohnen. Und eine dritte Substanz, beziehungsweise sogar ein Lebensmittel, das die Autophagie aktiviert, möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Darüber werden sich wahrscheinlich viele freuen, denn es geht um das beliebteste Getränk der Deutschen am Morgen, nämlich den Kaffee. Kaffee ist ein potenter Autophagieauslöser. Innerhalb von 1 bis 4 Stunden nach dem Kaffeekonsum hat man in einer Studie bei den Modellorganismen in allen untersuchten Organen, in der Leber, im Herzen und in der Muskulatur einen starken Anstieg der Autophagie festgestellt. Dabei haben entkoffeinierte Kaffeesorten die Autophagie nahezu genauso stark angekurbelt wie koffeinhaltige Sorten. Von daher wird vermutet, dass die Wirkung nicht auf das Koffein zurückzuführen ist, sondern auf verschiedene Polyphenole, die im Kaffee enthalten sind. In der Studie konnte auch gezeigt werden, dass die Steigerung der Autophagie mit einer Hemmung von MTOR einherging. Wie wir vorhin gesehen haben, kommt es normalerweise gerade dann zu einer Hemmung von MTOR, wenn die Zellen einem Nährstoffmangel ausgesetzt sind. Insofern zeigt sich daran, dass Kaffee ebenfalls mimetisch zu einer echten Kalorienrestriktion wirkt und dem Körper quasi einen Nährstoffmangel vortäuscht. Fassen wir noch einmal zusammen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Autophagie anzuregen. Die effektivste Methode ist ganz klar, dem Körper einem Kalorienmangel auszusetzen. Und das schaffen wir zum einen temporär durch das tägliche Intervallfasten, genauso durch das herkömmliche Fasten, bei dem wir wirklich für ein oder mehrere Tage vollständig auf Nahrung verzichten, und durch eine leicht hypokalorische Ernährung beziehungsweise eine leichte Kalorienrestriktion, natürlich aber bei Sicherstellung der Mikronährstoffversorgung. Wir können die Autophagie außerdem durch physischen Stress anregen in Form von Kraft- und Ausdauersport, sowie durch die Aufnahme von Kalorienrestriktionsmimetika, also Substanzen aus Lebensmitteln, die im Körper eine Kalorienrestriktion nachahmen. Dazu zählen zum Beispiel Resveratrol, welches stark in Weintrauben vorkommt, Spermidin, das zum Beispiel in Weizenkeimen steckt, sowie die Polyphenole aus schwarzem Kaffee. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du kannst dir jetzt unter der Autophagie wesentlich mehr vorstellen und weißt auch, wie du sie gezielt aktivieren kannst. Wenn das der Fall ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für weitere spannende Informationen rund um einen gesunden Lebensstil. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!